Power Stancen Oh Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring Heute zeige ich euch, wo ihr das Schwert herbekommt Das Schwert, Großschwert der Goldenen Ordnung Ich zeige euch mal ganz kurz wo ich bin, ich bin hier, Höhle der Verlorenen wie ihr da hinkommt, das zeige ich euch gleich, wir gehen jetzt einmal durch die Höhle durch holen das Schwert und dann würde ich sagen, gucken wir unser Schwert noch ein bisschen genauer an und dann erkläre ich euch auch wie ihr hier hinkommt, weil das ist gar nicht so einfach, ist nämlich im geheimen Pfad zum Hallig Tree müsst ihr da durch und deswegen erkläre ich euch das gleich einmal bin gespannt, was für ein Boss, ich kann mich gar nicht mehr erinnern nur so ein nur so ein Scheusal okay, der hat aber die Waffe in der Hand, ne aber das wäre ein bisschen enttäuschend glücklich zu sein das war's so, Großschwert der Goldenen Ordnung bekommen und das ist, äh, das Schwert äh, das ist durchsichtig der ist ja nice, was macht Ordnung herstellen? äh, was macht das? hebt die Waffe zum Salud und entfesselt eine goldene Explosion die derholte Eingabe entfesselt Wellen ja, das probieren wir jetzt aber mal aus, ne? oh man, das ist ja nicht übel stark aber das macht ja Bock Power Stancen oh das, äh, bockt wie findet ihr Power Stancen? äh, ist nicht stark klar, also von dem, was ich mittlerweile gewöhnt bin das hat ja nix ah, macht Spaß oh das macht ja Bock oh, das macht Spaß also Leute, das ist das Großschwert der Goldenen Ordnung ich wollte euch das unbedingt zeigen weil das halt so einen uniken Look hat das ist ja, das ist so cool finde ich das macht echt Bock und, äh, ich hab grad mal 28 Glaube wenn ihr das hochbarft 50, 60 Glaube macht ja bestimmt nochmal ein bisschen mehr Schaden und, äh, wie gesagt das gibt's in der Höhle der Verlorenen im linken Schneefeld von dem, äh, Bergipfel der Riesen da kommt ihr hin durch den Geheimfahrt zum Halligbaum wenn ihr das, äh, geheime ähm, Rollt äh, Medaillon haben äh, Medaillon habt wie ihr das bekommt einfach mal hier oben das Video anklicken hab ich schon mal gezeigt und dann, ähm, hier in der Höhle der Verlorenen dort kriegt ihr das Großschwert der das Großschwert der Ordnung der Goldenen Ordnung mega geil schreibt mir in die Kommentare wie ihr das findet ich finde vom Look her sieht das übel nice aus und, äh, dann lasst gerne ein Like auf dem Video da und bis zum nächsten Mal haut rein und ja